Hallo liebe Freunde, ich bin gut zu wenigstens. Oh mein Gott, sieht man ja gar nicht. All right, das ist irgendwie schon voll. Er ist so stark. Er ist so stark. So, jetzt haben wir hier ein Unknown Signal, gucken wir uns das an, bevor wir zur Base zurückfliegen. Was gibt es hier, was wir looten können? Oder war dieses Unknown Signal etwa eine Falle? Wollen wir so rum zum Looten? Energizer SP? Gucken wir uns mal an, was das denn ist. Er ist hier nicht. Da kommt es auch wieder in alte Base. Wir haben auch schon wieder Feinde. Los, gesetzlich sind. Wir haben hier noch was looten, bevor wir dann in die Base zurückkehren. Hat immer leichtes Zittern irgendwie das Spiel hier. Nö, keine Ahnung. Obwohl es flüssig läuft, aber das Schiff zittert so vor sich. Ah, hier haben wir nix, ne? Zum Looten wird uns kein Icon, nix angezeigt. EMP hätte ich zünden sollen. Wir müssen da oben nicht dran denken, wie mehr ich. Also auch nochmal ein Stück von dieser einbauen Geschichte. Jetzt gucken wir uns auch nochmal ein. Also Raketen heben jetzt doch immer mehr Anfluss. Dann пишen wir uns ja noch weiter. programming ist das schon blooten. Jetzt bin ich los 말을 은. Es gibt XP, Leute. So, was haben wir hier noch? Supra-G, alles zum Verkaufen. Vielleicht brauchen wir es auch immer noch mal zum Craften von irgendwas. Ein Bootcontainer oder irgendwas? Ja. Was auch immer das hier für ein Wrack ist. Kaputte Station oder irgendwas. Da ist drinne. Oh, ein besseres Shield. Dann haben wir Power-Zellen und Credits. So, das ist unser bisheriger Shield. 89, 101, 170 und das wechseln wir mal. Equip, Modify, Equip. So, jetzt haben wir den noch drauf. Oh, ne, haben wir nicht. Doch, der hier ist drauf. Sehr schön. Den hier haben wir auch noch mal was besseres. Output Shield. Boost und Weapons. Gut. Haben wir das Ding auch getauscht. 27, 39, 22. Credits, nice and simple. Credits, nice and simple, ganz genau. Hier ist jetzt nichts weiter. An 90, nee, war das jetzt ein Falle wahrscheinlich. Gut, weiter geht es zu unserer Hauptmission. Nach Hause. Die Ärztin ist wach. Ich zehkunden. Da ist nochmal eine Discover-Zeit. Können wir uns alles auch noch auf Home Turf. Das kommen wir jetzt mal wieder zu Hause ein. Da ist auch nochmal ein Distress-Call. Was ist das? Haben wir noch Aketen, falls das eng wurde? Braucht hier jemand Hilfe? Ja. Get these Outlaws off our backs. Ja. Keiner Freiheit hier ihm mehr. Oh, nein, nein. Ja. 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 Ich bin aber gleich, hoffe ich. Oh, hier ist ein scheiß Sniper. Den kriegen wir nicht ohne Raketen. Scheiße. Den kriegen wir nicht ohne Raketen, Alter. Outlaw Sniper Drone. Da ist noch keine mehr. Müssen wir jetzt gucken, wo das Ding ist, da ist er. Die müssen uns als erstes kümmern. Missile Landschaft haben wir neu. Wir brauchen diese Drecks-Sniper-Drohnen hier. Gucken wir, ob wir die jetzt nochmal kriegen. Vielleicht können wir mit EMP irgendwas machen. Wir brauchen die Drecks-Sniper. 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 Wir kommen zu uns. Nein, keine Chance Leute. Da sind wir noch zu schwach für. Da sind wir noch zu schwach für. Wir kommen weg hier schnell. Gute Sache, dass ihr hier seid. Tut mir leid, wir können euch nicht helfen. Mission will fail, if you ask me that. Abnach, Rodia 2. Sind wir jetzt nicht auf unserer Base, Alter? Ladies. Nein, wollen wir. Ja. Planetary Obstruction. Stop button. Immer noch. Kann man nicht durchfahren. An die Tempferde. Approaching Boundary. Grenze. Gibt es eine Grenze oder was? Echt so scheiße. Map. Rodia 2. Oh. Komm mal so in den Himmel oder was. Nein, müssen wir erst mal woanders hin reisen hier. So, die Ruins waren wir nicht. Jetzt sind wir im Orbit. Mit einer Cito Reisen oder was. Ein bisschen. Und dann versuchen wir nochmal einen anderen Flug. So, jetzt können wir doch bestimmt hier Rodia anvisieren, oder? So. Sehr gut. So, in einer 40 Stunden sind wir an der Base. Wir können ein Problem haben. Was ist das? Dax? Hold on tight. I'm on my way. Oh, aber er antwortet nicht. Er hat die Erbsen ihn nicht auch gefangen immer. Was ist das? Dax? Die Erbsen war das. Die Erbsen war das. Jo. Bitte. Feiler, ja. So, du hast mich hier verabschiedet und mich hier gebracht. Nicht viel, was ich herausfinden kann. Du hast mich nicht in der Zeit, also du bist nicht so smart. Er ist gut. Er wird nur ein bisschen schmerz als er sich aufgericht. Okay, so where the hell am I? CETO System, DMC. God damn it. So those bastards really did send me to the DMZ. This is all I need. So you're outlaws? Not quite. Free agents. How many more of you? Just the three of us. Yeah, I saw the poor guy in the next room. Raiding medical convoy is something you do often? First time. The hell? Welcome back. Are you going to cause trouble? Your companion here has been filling me in on a few details. You know, you should never hijack a lady without her consent. You're unintended cargo. We're only after the meds. Hmm. Well, I'm not sure what meds alone will do to help your friend in the cryo. Those are third and fourth degree burns. He'll need operating on. You weren't planning on doing it yourselves, were you? We're just doing what we think is right. Well, I'm a medic first and foremost, so I'm offering to save your friend. If. If you can get me back out of the DMZ afterwards, this is not where I need to be. Look, we'll bring you back to GMB. Apologies and all. No thanks. G and B are in my bad books now. Perhaps I should have read the small print in the contract. I had no idea I'd end up in the DMZ. Okay. Yeah, we can come to an arrangement. No small print. Okay, then. Well, you two can scrape yourselves off the floor while I get to work. And no funny business, okay? I have to admit, I like her style. I'm Delia, by the way. Dr. Delia Wendo. Call me Dax, and that's Adam. So, which one of you brought me into this mess? That was me. That puts you in the pilot's seat when I fly back out. Don't worry. You and I have the same goal here. But first, we need to find a military override to get past the jump gate. You got a plan for that? Actually, we might. Adam, have you ever heard of the Cito Ghost Fleet? I can't say that I have. It's a graveyard of old war wrecks, hidden by those Bloodstar idiots. It's a treasure trove of scrapped military tech, bunker casings, cruiser engines. Hive units? Exactly. Problem is, it's hidden by distractor tech, so no one ever found it. So, more beanbags? Nah, that's not Outlaw style. They're more like fortified bases. That'll make them easier to find, but a hell of a lot tougher to take down. Where do I start looking? In the deep fields. I already uploaded some cords to your map. Once all the three bases are down, the Ghost Fleet will make its grand entrance and present us with our ticket out of Cito. Well, I'm glad you two got it all figured out. I'll gather some data on my patient, while you free agents get busy rating bases. We're really not Outlaws. And I really don't care. We're good. As long as you uphold your under the bargain. So, also, sie hat uns gelähmt. Dann hat sie uns nur das Kinn und das Gesicht wieder freigestellt, sozusagen, dass wir ihre Fragen beantworten konnten, dass wir reden konnten. Hätten wir das nicht gemacht, hätten sie uns, hätte sie uns für immer angeschlafen gelegt, hat sie gedroht. Dann hat sie natürlich gefragt, wer verantwortlich ist, dass sie jetzt hier gelähnt ist, bla 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 bla. Ja, was wir vorhaben und so weiter, das haben wir jetzt mit der akzeptiert und wir haben da jetzt eine Vereinbarung, dass sie unserem Kumpel hilft, weil sie eine Ärztin ist auch, weil sie ein Schwert an Verbrennungen und wir sie dafür aber wieder hier weg schaffen. Und sie will aber nicht zurück zu G&B. Und wir sollen jetzt mal zu irgendeinem nicht auffindbaren Militärfriedhof und gucken, ob wir da diese Hives kriegen, was auch immer das ist. So, jetzt machen wir es mal wieder ein bisschen Tetris. Wir wollen die Erze hier behalten, falls wir die irgendwann mal zum Craften brauchen. Ich weiß es nicht. Man ist es so gewohnt, um alles aufzuheben. So, dann haben wir hier das Supra-Gel. Energy-Inject-Increase-Energy-Output, das müssen wir auch mal testen, ich vergesse das halt immer. Scrap-Metal lassen wir nochmal hier. Und dann haben wir hier noch Erze. Plating. Das war auch die alte Plating, die werden wir mal dismantlen. Dann haben wir jetzt Materialien gekriegt, die Power-Zellen. So. Energy-Injector. Supra-Gel können wir nochmal storen. Das Ding zerlegen wir, die alten Dings. Energy-Charger heben wir nochmal auf. Einen alten Schild-Generator. Baum auch auseinander. Gut, haben wir das schon mal gemacht, Leute. Dann müssen wir jetzt erstmal refuelen. Restock. Raketen und alles wieder rein. Repair ist es. Inventory. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir die Waffen irgendwie mortifyen können. Ich weiß nur nicht, wie man das macht. Blaster. Was ist das? Blaster. Ich kann es nur anequipen. Ich weiß nicht, wie wir das hier modifieren sollen. Vielleicht geht das auch noch nicht. Perks haben wir wieder was. So, das Repairs. Können wir jetzt Scrap-Metal in Iron dazupacken. Pay only 70% für unsere Höhlen-Repair. Sehr schön haben wir das gemacht. Was mit dem Tractor-Beam auf sich hat, weiß ich noch nicht. Deswegen würde ich jetzt gerne mal testen. Oh, wir brauchen auch nur noch Eisen. Wie viel haben wir denn noch? Vielleicht. Tractor-Beam. Decreases the base Tractor-Beam range to 800 Meter. Das heißt, wir werden schneller in die Base fliegen können, oder wie? Müssen wir das mal sehen. So, der Arzt da oben. Und wir selber haben noch nicht alle fünf Level, ne? Das hat er jetzt gesagt. Energy, ups. Testen. Alles testen. Dafür ist es ja eine Alpha, ne? Super agieren. 1 von 6, okay. Kann man Repair auch noch höher gehen? Ja. Die nächste Stufe Upgrade 2. Nur 70% für Equipment Repairs. Aber da warten wir noch mal mit. Gut. Gucken wir noch mal auf die Map, Leute. Oh, hier haben wir jetzt ein neues System. Wo sollen wir hin? Das sind alles undiscovered Sites. Sea to Outdoor Rim. Da sollen wir jetzt... Das hatte ich noch markiert. Weg damit. Hier sollen wir hin. Sea to Orbit. Ne, wo ist hier unser gelber Midmarker? Undiscovered, undiscovered. Sea to Ghost Hunt. Und da sollen wir hin, oder was? Ich weiß es nicht. Wir müssen nebenbei jedenfalls noch leveln. Was achten die Mission Data? Sea to Ghost Hunt. Ja, da müssen wir hin. Fight and Destroy. A Distracted Base in Deepfields Region. Müssen wir auch eine Base finden. Okay, ich würde aber sagen, wir gucken erstmal... Dann hier zu der Undiscovered Zeit. Entdecken die nochmal. Vielleicht können wir noch ein bisschen looten und leveln. Gates zahlen. Genau. Das ist unser Roof Reputation. So. Da fliegen wir jetzt nochmal hin und dann sind wir offen in den nächsten Folgen. Dann geht's in der nächsten Folge weiter. Das war's für heute. Das ist wieder Meinungsstützpunkt hier, die roten Linker, das ist alles Minen. Ich streue zu sehr, dass wir ihn noch looten können. Ein bisschen aufpassen hier. Das ist ein bisschen aufpassen, dass wir ihn noch looten können. Das sind Pirates, glaube ich. Das ist ja gut, ich bin mal weg. Die Schilder sind besser. Die Blauen sind die Schilder. Die Schilder sind besser. Die Schilder sind besser. Wo war denn das? Ausrüsten. Na, Equipment. Genau. Das sind alles Sachen, da muss ich mich erst dran gewöhnen, dass wir das damit spielen. Das ist doch echt gut. Script mit dem Sensor. Ist der Sensor schlechter? 5,2, 1,6, 0,62. Was ist das? Das ist verkaufen, oder? Das ist verkaufen, oder? Was ist das? Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, meine Freunde. Wir müssen halt auf diesen Militärfriedhof finden, von alten Schiffen und Ausrüstungszeug. Wir hoffen, dass wir da das Kram finden, diesen Hive-Zug, was auch immer das sein sollen, das wir da brauchen. Nebenbei versuchen wir natürlich noch ein bisschen gelb zu machen und zu leveln. Wir wollen natürlich auch gerne mal anderes Schiff ausprobieren, die es zu kaufen gibt. Und so weiter. Was ist denn das alte Schiff alles hier? Ja. Macht sehr viel Spaß, das Spiel. Auf Space und so steht. Ich spiele halt, wie gesagt, auch sehr gerne Star Statism, bin ja ein Fan von vollen Space. Wenn das alles gut gemacht ist, dann stehe ich da echt drauf. Da kann man sich so ein bisschen in die Fantasie verfallen lassen, Sachen zu entdecken. Die Erde mal zu verlassen, sozusagen. So, hier haben wir jetzt nichts weiter zum Loot. Da kommen schon wieder Pirates. Werden wir uns dann hier abhauen und machen. Also, in diesem Sinne, ich freue mich auf die nächste Folge. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Bis dahin.